ARD Text im Auftrag von Funk Spaß auf Klo mit Antonio Mann, ja, okay, Dicker, aber das ist nur in deinem Kopf so, weil du so denkst. Nee, ich muss mehr was rein. Ja, für drei Leute, kein Problem. Also, müsst ihr gucken, wie ihr teilt, ne? Zwei? Locker. Ein Polizist? Nee, 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 nee. Das ist eher so Oberfahrermäßig, weißt du? Blasen? Du meinst Wabbelsticker. Was? Nein. Juhu, ich stehe nie wieder an, du ekliger Bastard, Alter. Telefonstreich. Safe. Wie viel hast du von denen machen lassen? 5000, Dicker. 5000? Mann, Dicker, ein 20 teurer, als wenn man 2500 macht. Natürlich 5000. Wo hast du die verteilt? Kultflüsse, ne? Bei den Noten? Mann, Dicker, weißt du, wie viele da ballern, Alter? Die ballern alle. Spass auf Klo mit Antonio? Was? Nein. Nee, mach ich auch nicht. Mann, ich verkaufe Kokain. Kein Blasen, kein Arschtex. Kokain. Bastard, Alter. Dicker, wir müssen irgendwas daraus machen, ja? Ja? Was denn, Alter? Warte. Ich hab ne Idee. Spaß auf Klo mit Antonio? Wah! Ey, ich mach dir ein Angebot. 1000 Euro und die Nummer gehört dir. Mit Handy. Ey, das ist, als wärst du bei Chatroulette auf der geilen Seite. Ja, Mann. Die rufen dich an, um zu ficken. Ey, will der Rotzen? Ja. Taui, okay, wo treffen wir uns? Am Nolli. Wo auch sonst. Alles klar? Dann bis gleich.